Aufruf von Jesu im Sakrament an sein treues Volk Botschaft an Henoch Mein Volk, mein heiliges Opfer wird in Kürze dauerhaft suspendiert sein, meine treuen Kinder werden verfolgt, gefoltert, eingesperrt und viele um des Glaubens willen, und mein Evangelium wird Märtyrer sein. Mein Friede sei mit euch, mein geliebtes Volk. Meine Kinder, die Zeitdauer ist nahe am Limit von 12 Stunden und damit möchte ich euch sagen, dass die Tage nicht 24 Stunden, sondern 12 Stunden dauern werden. Die Zeit meiner großen Gerechtigkeit wird beginnen, wenn die Länge der Tage diese Grenze erreicht. Ich ermahne euch, meine Kinder, damit ihr die kurze Zeit nutzt, in der meine Häuser geöffnet sind, damit ihr eine gute Lebensbeichte macht und euch von meinem Körper und Blut ernährt und mich im Mund empfangt. In sehr kurzer Zeit werden meine Häuser nicht mehr geöffnet haben, weil die Zeit des großen Gräuels beginnt. Die Kinder der Dunkelheit bereiten sich darauf vor, ihren Meister willkommen zu heißen. Ihr Hauptziel ist es, meine Häuser anzugreifen, meine Tabernakel zu zerstören und meine Göttlichkeit zu entweihen. Mein Volk, mein heiliges Opfer wird in Kürze dauerhaft suspendiert sein, meine treuen Kinder werden verfolgt, gefoltert, eingesperrt und viele um des Glaubens und meines Evangeliums willen werden Märtyrer sein. Nachdem die Pandemien vorbei sind, wird die Welt nicht mehr dieselbe sein, alles hat begonnen sich zu erfüllen, nur meine Warnung und mein Wunder fehlen, so dass die letzte Regierungszeit meines Gegners beginnt, in der mein Volk Tag und Nacht keine Ruhe haben wird. Die Nächstenliebe wird sich bis zum Maximum abkühlen, der Abfall vom Glauben wird herrschen und die Bosheit wird in allen Ecken der Erde entfesselt. Fürchte dich nicht, mein Volk, der Himmel wird euch nicht verlassen, ich sage euch noch einmal, meine Mutter wird der Tabernakel sein, wo ich in diesen Tagen der Angst und Trostlosigkeit bleiben werde. Geh nicht von ihr weg, denn meine Mutter wird euch beschützen wie das Huhn für ihre Küken. Durch die Rezitation des heiligen Rosenkranzes werdet ihr mit meiner Mutter und mit mir kommunizieren. Der Rosenkranz meiner Mutter wird die Brücke sein, um zu kommunizieren. Vergesst diese Anweisung nicht und setzt alles, was wir euch gesagt haben, in die Praxis um, damit ihr in diesen Tagen der geistigen Dunkelheit fest im Glauben bleiben könnt. Ich erinnere euch noch einmal daran, die spirituelle Rüstung ist für eure Verteidigung und euren Schutz von entscheidender Bedeutung, daher muss sie morgens und abends spirituell in eurem Körper verbleiben. Die Kraft der spirituellen Rüstung schützt euch vor den Angriffen der bösen Wesenheiten, die sich bereits in eurer Welt befinden. Denkt daran, dass die Mächte des Bösen wissen, wer aus meiner Herde stand. Deshalb müssen wir geistlich gut geschützt sein, damit sie euch keinen Schaden zufügen können. Dann seid vorbereitet, meine Herde, denn die Tage der großen Trübsal stehen vor der Tür. Steht fest im Glauben, trotz der Schwierigkeiten, die ihr durchmachen müsst. Lasst euch von nichts und niemand meinen Frieden stehlen. Denkt an die Herrlichkeit, die euch erwartet, und an den Beginn einer neuen Morgendämmerung. Wo ihr bis zum Ende der Zeit bei mir sein werdet. Euer Meister, Jesus im Sakrament Macht meine Botschaften der ganzen Menschheit bekannt, meine Kinder.